Hallo und Willkommen zurück bei ULTIMATE CHICKENHORSE mit dem feigen Hühnchen ade Wölfe greifen an, my lord! Dem mir fällt kein Scherz ein Fair Cheery, ein schneeweißes Curl, der Freude Freitag und den chromatischen Karo Ich kann Breakdance! Weee! Ich nicht! Wuhu! Ich auch! Ich bin zu blöd zum Hüpfen! Wo ist der Irony und überlegt, dass ich jetzt den Hund gewonnen hatte? Ja, mit dreckigen Tricks hast du gewonnen! Mann, wo hab ich dreckige Tricks? Ich sag nur Iglu und so Das hab ich nie überhaupt nicht gemacht und auch nie geklappt Du hast auch nichts dagegen aber unternommen Ja, weil ich auch nicht wusste, dass es da war! Ah! Ja, wenn ich aufpasste, das ist ja mein Problem Ah! Was war das denn, ade? Ich hab nichts gemacht! Das ist klar! Ein Bruder hat sich einfach selbst gedacht, ich springe! Nein! 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 Ah! Das ist doch nicht wahr! Man merkt, ich war nur am flieten! Ach, kommt schon! Ihr seid so gemein! Wir sagen nur die Wahrheit! Goll! Geiler Acker! Oh, ich hab Angst! Oh, ich hab Angst! Okay, jetzt! Jetzt ist meine Zeit! Oh! Deine Zeit ist gekommen! Oh! Oh! Ach so! Ach so! Ich wusste gar nicht, dass da statt mit Ratte sind! Na gut! Ich wollte ja vielleicht zuerst da sein! Oh, ich warte! Oh! Hi, Chiri! Hoi, hoi! Oh! Mein Faller Schielämpft! Sehr gut! Oh! Wieso, war denn da jetzt, wo kommt Hürgen? Von Maver, ist das. Oh! Oh! Oh, jetzt ist es neben mir! Schwierig! Oh, das ist hoch, jetzt! Oh! Hä? Oh! бы existem! ich stehe einfach mal rum was schmeißt mich denn da jetzt mal runter ist und bleibt ein ach verdammt ich habe jemand getötet Wir brauchen mehr Fallen. Ja. Vor allem coole Gefallen sind nicht langweilig gefallen bis jetzt. Ja. Doch nicht. Jetzt ice it up. Das geht nicht. Warum geht das da nicht dran? Du musst die richtige Fallgerichtung haben. Ach so! Wow. Ja! Und da setzt die Panik an und es ist zu spiel. Ich habe nicht nach links gesprungen. Sie ist immer nach rechts gesprungen. Warum werde ich hier die ganze Zeit kritisiert? Weil du vor ein paar Runden die ganze Zeit da gestanden hast. Du hast dich gebückt als Ordwin. Ja und? Wenn man halt dich bücken gewinnen kann? Cool. Das haben wir jetzt kaum für coole Fallen. Und das auch. Und das auch. Das hast du gut gemacht. Bitte. Danke. Ich bin nur sehr stolz drauf. Wie komme ich denn da jetzt hoch? Rechts eigentlich. Nein. Auf den Wasserspeier. Zum Beispiel. Ging auch. Südrand. Südrand ist so schwarz. Ach komm sie. Wieso? Er geht rechts drauf. Genau. Nein. Sie gewinnen. Yes. Oh dieses Spiel. Das macht es so lange. Jetzt ist noch kein Comeback. Der Erste kriegt einen Vorteil. Rechts wir. Ich hab keine Lust. Da steht hier drauf. Das ist hier wirklich. Ich kann aufwarten. Ja. Diesmal verkack ich die Sprache. Aber auch nicht. Ich hab gar keine Ahnung, die hat sogar schon gewonnen. Ist es alles entweder geshütet oder easy oder? Nein. Ich hab bei mir ein bisschen geleckt. Ich hab bei mir ein bisschen geleckt. Ich hab einfach draufgegangen. Oh, wie viel Fall, ne? Ach ja, nur wegen dem Comeback. Nein! Das geht nicht. Das geht. Ach, jetzt geht's nicht. Das geht nicht. Oh, was passiert hier? Das Eis-Teil. Eis-Eis-Baby. Ja, der weißest Rapper ever. Was? Hat er gewonnen? Ja. War doch easy. Schon mal einer guck. Alles klar. Nein, das gibt's doch nicht. Sehr gut für uns. Das überflüssig empfindliche scheiß Chameleon. Gewinnt ja gar nicht auch noch. Oh nein, er führt. Er führt mit einem fucking Fallenpump. Wow, ich bin einmal ins Ziel gekommen und dann nochmal. Ach was, reicht. Wow. Wow. Ah! Nein! Oh Gott! Oh Gott! Panik! Aufzug fahren! Aufzug fahren! Aufzug fahren! Aufzug, aufzug, aufzug fahren! Hopp! Wow! Ist immer noch easy! Findest du? Ja. Das macht mich gerade so unglaublich aggressiv. Das ist der Flan gewesen. Das ist zu sehr gut gewesen. Oh, Baron. Was? Muss ich dir erzählen, damit wir's gewinnen können? Noch ne Runde? Ach ja, komm. Rundherum geht's. Hallo, verleckst du dich voran? Ich mach auch noch ne Runde. Wer leckt? Ferens Kamenian Ring. Ich bin bei Munich, ist alles okay. Ein bisschen. Autopsie. Aber der gewinnt, das gibt's nicht. War doch easy. Easy TT, ne? Cheating, nenn ich das. Cheating schlechthin. Ich bin die ersten Male Brain ASK direkt am Anfang runtergefallen. Ich hab nicht mal gesehen, wie du einmal ins Ziel warst. Du warst einfach nur da. Ich war auch gar nicht so oft im Ziel. Ich glaub ich war insgesamt nur dreimal im Ziel. Was fehlt jetzt noch? Bei den anderen Sachen bin ich direkt gestorben, aber das reicht halt. So, sehr gut. Tanzen wir, dann kann sich ja niemand darüber beschweren, dass er nichts sieht. Läuft. Ja, aber bei der Mef sieht man auch wirklich nicht. Also Sinn der Sache. Okay. Oh. Okay. Hier haben wir die alles nur in Schatten. Und das hier. Ich hab jetzt ja auch nichts drauf. Das ist mega Disco. Oh ja. Oh. Oh. Das ist mein. Oh. Pucks und der. Das ist sehr nice. Ja, der ist aber schlecht gesetzt. Wie bleibt der Puck? Nein, der andere. Nein! Das sieht doch jetzt okay aus. Kann man jetzt. Oh, ich hab den Top nicht gesehen. Nein! Gibt's nicht. Ich hab mich nicht mehr gesehen. Ich war weg. Was? Der war bei mir nicht mehr da. Was? Der Puckwerfer? Nein, das andere Ding. Keine Punkte. Oh, Fortale. Oh, ich will auch mal wen umbringen. Geil. Oh nein, Fortale. Los, setz das eine. Da kannst du es nicht reinsetzen. Los, setz es. Aber da drunter kannst du es oder nicht? Zum Ziel? Das ist aber unfair. Ja. Na, pass auf. Dann machen wir's Whisky. Läuf. Juhu! Nein! Verdammt. Ja, ade. Das war nicht so gut, ne? Ja, das war nicht so gut. Wir haben beide das Portal nicht getroffen. Juhu! Oh yeah! Ähm, Baron? Das ist lustig. Vielleicht von unten, oder? Nein, das ist doch voll lustig. Verdammt! Schieß nach unten! Oh no! Ich bin tot! Ich bin tot. Du hast vorher nicht mehr. Oh! Autopsie! Oh no! Solo bei Autopsie? Solomeister! Was! Ach komm, Adi. Kannst du dich nicht entscheiden? Die Auswahl ist einfach viel zu gigantisch. ah nein verdammt gut gemacht alle tot wundervoll ja alle tot alle tot wundervoll ja wer hat denn da jetzt meine kiste gestrengt ich hab das nicht gesehen aufs laufwand das portal ich werde das zweite portal bringen das macht ja auch noch ein portal ja deswegen hättest du es nehmen sollen auch nicht da halt hm ja so gut komm mal komm mal komm mal mach mal ach da war und zweit genommen ok sorry ja das habe ich dann falsch gestellt ich glaube du bist tot ja ich weiß aber was ist passiert ja hier ist ne decke ja das ist mir auch aufgefallen hängt da noch irgendwas das habe ich mich auch gefragt ne da hängt nix das ist einfach nur scheiß tiefe decke ja ich hab's gemerkt ja ich hab's gemerkt warum 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 was denn dumme puh ach die treppe ist weg ach Gott ich sag mal da jetzt durchkommen gar nix gezision fuck aber wenn du bis totalkommst du ist ja hochgeschleudert Nicht zwingen, du hast gesägt, du hast keine Aufsicht. Na, wer traut sich? Oh mein Gott. Nein! Warum starte ich am weitesten rechts, das ist unfair. Nur deshalb hat mich die Boome geflogen. Oh nein, ich hab den zweiten Teil nicht gewöhnt. Weil ich fliege so wundervoll viele Dinge gerade, wo das fliegt mega lustig. Und man sieht sie nicht. Man sieht gar nichts. Ich bin's immer noch unten. Ach, du bist halt kein Botanik. Aber das Licht ist so schön. Oh Mann, das sieht nichts. Ich sehe nichts. Ich bin doch drauf gewesen. Was will das Spiel? So. Oh! Ach, da war ein Stapeldraht. Ja. Vielleicht kann ich eh wieder verkacken, und zwar ganz real. Alle Gruppen ziehen. Ja. Wow. Hätte sich das nicht getötet, wäre es so voll in die Stapeldraht. Stapeldraht. Genau, der. Der ist direkt unter dir. Ach so, du meinst diesen einen von der drehenden Kiste da, alles klar. Aber welchen? Irgendwie finde ich das Ding überflüssig. Das ist zu fiesig. Was ist das denn? Alles war nichts Ding da unten, ja? Hä, was ist passiert? Wo ist gebloomt? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Jaaaa! Jaaaa! Har du das geschafft? Jaaaa! Wie?! manifiel der Nein, du hast nur seit wenige Pleute benutzt, die jetzt nicht auch benutzbar ist. Ich tickte die Nerven. Nein! Ich fiantes meinen eigentlichen Falle! Ha ha! Ich verteidig. Oh, yeah! Absolut, der Team hat keinen Sieg verdient. Was doch? Durchcheaten mit dem Falltür. Was? Ich hab mit diesem Weg Legitim gebaut. Sie hat sich ausgefalltürt. Ich war doch gar nicht mehr drin. Das hab ich gesehen. Ich könnte lehnen. Nein! Ey, der rumgeschafft Bogenschütze. Ich bin. Vielleicht. Darf ich nur dich da sein? Fuck egal, wo es mir verkackt wird. Ich hasse mich so nie, wie ich selbst vielleicht verteile. Und? Ah, schade. Nein! 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 Woher bin ich gestorben? Bei einem Pfeil. Hier kam kein Pfeil. Oh, juhu! Ich bin das ultimative Pferd. Zählt nicht. Und das im schwersten aller Level, ja. Ich weiß, das sagt schon einig. Pff, aber das ist das schwerste aller Level. Wenn man da nichts sieht. Das ist doch kein Ändernis. Bitte. Finde ich schon. Also, ich find die Fabrik schlimmer. Ah. Naja. Und das war's schon wieder. Genau. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Folge. Ciao. Ciao. Ciao.